Hallo und herzlich willkommen bei Red Dog Gamble. Ich bin natürlich auf die Jagd nach dem Ticket und heute habe ich das Spiel in Infinity Kingdom. Viel Spaß! Okay, und da sind wir auch schon und starte mal mit nicht kaufen. Okay, mein Account ist da, das ist doch schön. Ich habe mal wieder mein Account gefällt. Ich werde wie immer die ganzen roten Felder abhaken und was bauen? Das sind Diamanten. Ach, das war ein Beschwör. Das ist schon ewig nicht mehr gespielt. Was kriege ich? Ein Puzzenteil. Und hier? Da kommt euer Sieb! Held raus! Bitte ein Help! Ui, ein Help! Ein König? Italien wird sich uns anschließen! Italien. Friedrich I. Wüsste ich nicht italienisch an. Wüsste ich er deutsch an. Aber egal. So. Zurück. Äh, was ist da? Ein Geschenk. Abholen. Ah! 40.000 größer als ich. Ich habe 154.000. Let's go! Bis zum nächsten Mal. Vielleicht in einem Monat. Das Buch. Forschen. Was können wir hier forschen? Ich bin ja immer so einer, der erst auf Ressourcen geht und später erst auf Truppen, weil ich weiß nicht. Also hier kann ich wieso erstmal nur auf Ressourcen gehen. Hohoho! Akademie! sind dabei da, auf dem Markt was habe ich denn hier ich kann hier Sachen kaufen gibt es hier nichts für Geld wie viele Sachen muss ich kaufen da habe ich ganz viele von und da habe ich nicht ganz so viele von also ich denke mal die könnte ich ja ausgeben oder ich weiß es nicht ich warte erstmal Schrauben nochmal abholen jawohl hier noch mehr abholen abholen hier oben was ist da mein Adel technische Belohnung was sind das markte ja hier ist noch ein guter Punkt jetzt sind da wieder zwei und was ist das jetzt Edelstein keins mag es ist in Edelstein ist eins mag kein Edelstein oh was ist mit dem los da schläft aufwerten so drache jetzt saß ich schlafen acht stunden was habe ich hier ach so das war der Markt da ist ein roter Punkt jetzt schauen wir mal nach bis der nächste was war das im Bus Auto ne Auto nicht für Auto war es ja oh ich muss puzzeln puzzeln ah die sind auch gedreht ok dann werden wir jetzt mal puzzeln kann man das auch drehen ne ach so kommt bestimmt da hin und das bestimmt da hin das da das kommt da hin das ist ja leicht das ist ja richtig leicht wenn ich das so mache ah ich muss schon in der Nähe sein Korkwahn Polizei Polizei war das glaube ich da passt da hin seine Rüstung seine Schulter der Umhang schwert gut 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 dankeschön dankeschön ich habe es geschafft ihr könnt stolz auf mich sein ich habe es geschafft so lauft dahin was war das und ich weiß es jetzt gar nicht bei ein spiel ist es und hier ist es ach hier was glaube ich ein reiter gewesen genau zu unserer basis rein zu unserer stadt und denn ich bin ja noch nicht ganz fertig mit der roten punkte noch mal gratis was für ein puzzelteil krieg ich jetzt oh gratis drehen vielleicht noch mal gratis drehen wohnen die dort nicht mehr gratis hier nix hier täglich mein vierter spätag oh nein ich bin schon verbunden heute ich mit der e mail adresse nur mit facebook war es da sind wir wieder also noch ein bisschen gewartet das spiel kam nicht deswegen gedacht komm ich mache es neu in zehn stunden was abholen dann habe ich noch hier die briefe keine geschenke dabei nicht schlimm ruine da bin ich ja schon auf dem weg wie lange dauert jetzt bin ich ja schon wieder auf den rückweg na gut dann gehen wir jetzt mal hier drauf auf die dailies da war schon ein paar abgeschlossen durch die roten punkte die ich gemacht habe oder die ich abgeholt habe vier an der zahl sind es dann habe ich jetzt noch ich weiß nicht was hier los ist habe ich in letzter zeit öfters ich kann hier zum spielrecht drücken keine ahnung warum beschwerend bitte getroffen und schneekönigin oder wer ist das königin von äh ja ok was habe ich hier noch ah Letzt mal hab ich den auch nicht geholt. Ach ne, den hab ich heute auch gekriegt. Gib mir den Jungs, Schweinebacke. Okay. Okay. Boost. Okay. Mein erster? Na ne, ich hab schon welche. Soll ich mal 1000 Schrauben verwenden? Okay. Level 13. Damit sei jetzt mein stärkster. Mein stärkster Kollege. Ja. Also das stärkste nicht, aber der mit den höchsten Level halt ne. Ah, der hat ja auch 13. Der hat keine Rüstung. Oh, der ärmste. Hobby tut. Gut. So. Schäscher ist mein stärkster. Gut. Aber das ist auch schon mal fertig. Den Brief wieder bekommen. So. So. Und wieder spielen. Wir gehen da wieder. Hmm. Gegenstände. 51. 51 Mal. 2000 Gold. Wow. Das ist viel. Aber was mit 2000 Gold? Na gut. Das war nicht so viel. Na gut. Dann machen wir den Dailies. Jetzt ist es zu Ende. Schließt drei Kampagnen im Brunnen der Zeit ab. Drei Kampagnen. Es geht aus. Ach ja. Oh. Bam 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 bam. Die nächste Wende. Also ich hab's gemacht. Bei mir ist alles dabei. Wasser ist der Brache. Feuer ist halt. Da war Feuer. Ich hab diese Ende. Ich weiß es nicht mehr. Ich hab auch Kleopatra die Sonne. Feuer und Sand. Hm. Falsch. Nicht geschafft. Nicht falsch. Sondern nicht geschafft. Und das heißt. Ich muss hier mal raus gehen. Ich muss auf Unsterblicher gehen. Okay. Und ich geh mal hier auf. Diese hier. Efeu. Erhalte Efeu. Wir gehen. Dungeon ist gesperrt für Efeu. Okay. Mal. Was gibt's doch eigentlich. Mist. Ah. Hier auch. Hm. Hier haben wir. Ja. Da können wir Raubzüge machen. Aktiviert. Gold haben wir auch. Aktiviert. Oh. Oh. Der erste war ja glaub ich nicht. Okay. Dann war das. Brust. Opal. Hammer hier. Ja. Zwei Meter unterholt. Ach je. Genau. Da brauchen wir noch. Ja. Ah wehle. Bust. 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 Mal grad überlegen. Was muss ich hier noch mal drücken. Okay. Aktiviert. Hier haben wir. Ölandwölfe. Aktiviert. Proporiasmen. Ja. Oh. Oh. Quasi. Mal. Mal. ich habe keine energie mehr ok gegenstände das haben wir alles abschließend fünfmal zwei habe ich schon jetzt kommt noch mal drei dran drei wieder positiv vier ach schon wieder und fünf da kannst du mir so nichts verpacken brrrr ich habe keinen verletzten schlecht wenn keiner da ist lege dreimal ein beliebiges level 5 oder einheit glub wo ist ein glub wo ist ein glub angriff 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 dreimal dreimal war das ne dreimal war das dreimal Das sind ihre 30.000 Einheiten, was wird gemacht? Vielleicht habe ich die ja noch gar nicht abgeholt. Nee doch, doch schon richtig herstellen. Okay. Tränen. 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 Da legt. Drei. Nach einer. was soll jetzt der hier auffüllen nicht vergessen den roten punkt noch mal angucken abholen? ach das war ein ziemlich gut, ich dachte voll das war ein ziemlich stimmt ich kann die zeichnen auch nicht mehr lesen ok mhm genau oh der boost nummer 2 ist fertig mhm mhm so ich kann euch ja leicht weg nicken seht ihr wahrscheinlich an in meinen Augen immer ich möchte auch noch die Dailies hier fertig machen für verwundete heilen besiegelgoblin mhm gesammelt hunderttausend Ressourcen mhm 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 Kaufen. 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 Drei. Das ist nicht so teuer. Die sind nicht so teuer. Die sind nicht so teuer. Hm. letztes mal aktualisiert das ist ein ressourcen gegenstand das ist auch wie sie ressourcen ist alles hier sogar das gold aber ich glaube ich benutze davon ein oder alle wenn so hunger kriegen sollten haben sie mehr 20 verbündete helfen technologie ja super mal zwei ach ja also 20 leute helfen wird glaube ich nichts und zurück zurück Oh, sieh mir mir mir. Ay, 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 ay. Das ist auch so eine runde Kurve. Runde Kurve. Gute Deutsch. Stefan, du hast gesagt, gute Deutsch. Gibt es auch eckige Kurven? Ich weiß es nicht. Wiedersehen. Lauf schon noch ein paar Giganten in его Filmen. Wenn wir Möchtung nach 1947 Also. Das ist quasicar motivate воспrieh. Das ist ein Marc Dauber. Das war alles eine Boah, ich schlafe gleich ein, wirklich. Ich war aus Pose gefällig und ich denke mal, dann mache ich aus. Ich glaube, ich höre jetzt auf, ihr habt sicherlich gerade schon gesehen, dass ich immer so einschlafe. Ich bin irgendwie, nach der Arbeit, müde, immer. Schon wieder eingeschlafen. Oh, Mensch. Kingständer. Ich bin wieder eingeschlafen. Oh, Mensch. Das gibt es doch nicht. So, Leute. Ich mache jetzt hier Feierabend. Spielbeenden. Ich hole mein Ticket ab. Sag ich danke schön für Zuschauer. Und ich würde mich freuen, wenn du mal nichts mehr dabei sagst. Bis dann. hab ich auch viel Spaß und Talk. Wieder sehen. Tschö-de-de.